Die Kollegin Selma Schacht für die Komminterven und nach hier die Kolleginnen und Kollegen für die Abwechslung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch von meiner Seite Gratulation. Gratulation an jene, die heute gewählt wurden. Gratulation an jene, die direkt bei der Arbeiterkammerwahl in dieser Vollversammlung gewählt wurden. Gratulation an uns, dass wir wieder eine hoffentlich tatkräftige Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien vereinen werden. Ausgenommen wie immer natürlich in meiner Gratulation all jene, die als Wölfe im Schalsbett hier sitzen. Die Arbeiterkammer ist keine Kampforganisation. Ist in ihrer gesetzlichen Grundlage auch nicht drinnen. Keine Kampforganisation, wie es der ÖGB ist oder wie es der ÖGB eigentlich sein sollte. Aber nichtsdestotrotz können all jene, die heute oder schon vor einigen Wochen gewählt worden sind, also alle Funktionärinnen und Funktionäre der Arbeiterkammer, diese können schon kämpfen. Und dass sie dies tun können, das haben ja auch historisch die Menschen der Arbeiterbewegung gewiesen. Mein Vorredner hat schon darauf hingewiesen. An diesem heutigen historischen Tag, dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, müssen wir auch an jene erinnern, die diesen Kampf gegen Unterdrückung, diesen Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit, diesen Kampf gegen Reaktionäre, den Kampf gegen Krieg aufgenommen haben und die teilweise dabei auch ihr Leben verloren haben. Und ich denke, es steht uns zu und es steht uns gut zu Gesicht, als Vollversammlung auch ihrem Andenken die Ehre zu geben. Und nicht nur in dieser Uhrzeit, sondern heute Abend gibt es ja auch diverseste Möglichkeiten, dieses auch nochmal in die aktivere Tat umzusetzen. Aber erinnern heißt auch kämpfen. Auch heute heißt es, gegen Massenarbeitslosigkeit anzukämpfen. Auch heute heißt es, gegen Reaktionäre und faschistische Gesinnung anzukämpfen. Auch heute ist es wieder so, dass Gewerkschaftshäuser brennen und antifaschistische Aktivistinnen dabei umkommen. Auch heute ist es so, dass in Nachbarländern Kolleginnen und Kollegen, die für andere einstehen oder für ihre eigenen Interessen kämpfen, angegriffen werden, vertrieben werden. Und auch bei uns im Land ist es nicht so, dass wir in einer prosperierenden Zeit leben, jedenfalls nicht für jene, die Lohnabhängig sind. Die Profite der Unternehmen steigen, trotz oder vielleicht auch wegen Wirtschaftskrise. Aber unsere Lebensstandards sinken, denn nichts anderes heißt es, wenn es heißt, dass fünf Jahre Realhoferlust aufeinander gefolgt sind, bis das WIFO festgestellt hat. Aber für uns muss das auch heißen, nicht nur das Wort Gerechtigkeit zu plakatieren, wie es die FSG auch gemacht hat oder wie es auch Slogan der Arbeiterkammer ist, sondern man muss dieses Wort auch mit Leben erfüllen und nicht am sozialpartnerschaftlichen Altar wieder und wieder opfern und wieder und wieder die Lebens- und Arbeitsinteressen von uns Lohnabhängigen, von uns Beschäftigten, von unseren Kolleginnen und Kollegen zu opfern. Zu opfern nämlich für faulen Kompromisse mit Wirtschaft und Kapital und nein, ich will nicht Partner sein. Ich will Auseinandersetzungen mit jenen, die von unserer Hände Arbeit leben. Ich will die Auseinandersetzung mit jenen, die Profite daraus machen, dass wir die Arbeit für sie tun. Und ich will diese Auseinandersetzung ehrlich und konsequent und kämpflich geführt wissen, auch und gerade von der Arbeiterkammer als Institution der Arbeiterbewegung, die basisdemokratisch gewählt wird. Wir werden heute ja noch einige Themen, nicht viele, aber doch wahrscheinlich diese heftig diskutieren. Und deswegen enthalte ich mich für das erste Mal den konkreteren Themen. Aber eins muss uns schon klar sein, nur zu faustulieren, dass Österreich und der angebliche allgemeine Standort Österreich eh so gut dastehe und zu faustulieren, dass wir es gut über die Krise, die noch lange nicht vorbei ist, geschafft haben, und das kann nicht reichen. Wir müssen auch die Augen öffnen gegenüber jenen, die auch heute in unserem Land schon unter der Armutsgrenze leben, unter die Armutsgefährdungsgrenze gerutscht sind. Und das sind teilweise auch jene Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir an Schulter an Schulter im Betrieb arbeiten. Die Augen müssen wir öffnen und wir müssen gemeinsam tatkräftig eben auch kämpfen und nicht nur zuschauen und nicht nur schriftlich agieren. Dankeschön.